Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Mountain Blade 2 Bannerlord und wir haben gerade unsere Einheiten hier zurückgeholt, haben die letzte Folge ziemlich aufs Maul bekommen und das ist doch gar nicht schlimm, denn wir sind noch gar nicht auf einem Level, wo das jetzt entscheidend ist, sondern wir können uns hier auch ganz einfach unsere Einheiten wieder zurückholen und vor allem auch hier schön leveln. Ja, ich habe auf jeden Fall daraus gelernt und deswegen, ich werde jetzt hier nicht mehr so selbstverständlich, oh, ein paar Bauern, die kann man natürlich auch mitnehmen hier, wobei ich eigentlich, eigentlich möchte ich diese Bauern nicht, ich bin da, ich bin ein bisschen pingelig. Ich möchte eigentlich die anderen Einheiten haben, zwei sind wieder gestorben, das ist normal, bei den Rekruten. So, jetzt ist das schön Rekruten hier anwerben, okay, ist verbrannt, auch gut. Da, 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 da. Oh. Ist das wenigstens nicht verbrannt? Jo, sehr schön. Da gab es dann gleich ein paar mehr. Jetzt sind wir schon wieder bei 19 und ihr seht, das geht auch relativ schnell dann wieder mit dem Anwerben. Das ist gar nicht so langwierig. Und theoretisch könnten wir uns dann auch irgendwo wem anschließen, aber wir müssen es eigentlich nicht. Wobei, dann haben wir auch immer so einen Wechsel zwischen Kampf und Nicht-Kampf, ne, also so Stress und kein Stress. Das ist eigentlich auch mal ganz, eigentlich ganz cool. So, natürlich ist es ein bisschen doof, dass wir hier... So. Wir haben wieder ein bisschen leveln müssen, aber... Das geht schon. Das kriegen wir schon hin. Die Gewürzellen will ich halt immer noch haben, aber ist jetzt nicht so dringend. Erstmal sollten wir hier ein bisschen leveln, beziehungsweise ein bisschen Banditen verkloppen und dann können wir uns auch wieder auf die richtige Schlacht vorbereiten. Vielleicht finden wir auch eine große Banditentruppe, das wäre natürlich toll. Momentan haben wir auch noch Verluste hier. Oh, Reisbauern, oh, die sind gut. Reisbauern sind gut, weil die können wir nämlich zu den anderen machen, zu den Rekruten. Und das heißt, wir müssen... So, kann man die mal eben hier als... zum Verheizen nehmen. Ein paar davon werden dann Rekruten und die Rekruten werden wieder zu anderen Einheiten und so weiter. Ruhig mitnehmen. Ist ein Extraschritt, ne. Aber, hey. Ich beschwere mich nicht. Da, kaiserliche Rekruten. Zack, ein Reisbauern wird ein Rekrut. Ist halt, wie gesagt, ein Extraschritt. Muss man nicht unbedingt machen, aber ich finde es eigentlich ganz praktisch. Ich meine, wenn sie eh schon dabei sind, warum nicht einfach mitnehmen, ne. Ich meine, wir sind eh gerade hier im Level-Modus. Kriegen sogar auch ein bisschen was zu essen. Das ist ziemlich cool. Da wollen wir nicht immer anhalten. Und wir sollten noch ein paar Pferde eigentlich besorgen. Da sollte man dann eventuell auch wieder Dings überfallen. Ich so ein bisschen überlegen, ob wir eventuell gleich noch ein Dorf überfallen. Aber es ist eigentlich sinnlos, weil wir sind nicht stark genug dafür. Wir sollten erstmal so ein bisschen kleinere Brötchen backen. Bis wir dann wieder in den Krieg ziehen. Die Möglichkeit ist zwar toll, dass wir uns hier mit anderen kloppen können. Aber Dings sind wir noch nicht so wirklich schnell. Aber eventuell kann ich auch ein bisschen was dafür machen, dass wir doch ein bisschen schneller werden. Und zwar Lastpferde und so weiter. Ihr seht schon. So, jetzt haben wir nämlich ein paar Pferde extra. Und das ist, glaube ich, auch ganz nützlich. So. Dann gucken wir mal, wo wir hin müssen hier. Wir haben natürlich jetzt auch wirklich mit einem Krieg, mit einem Gebiet, was recht stark ist. Die sind halt wirklich stark, diese verdammten Kavallerie-Viecher. Jetzt sollte man es doch irgendwie anders anschließen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt rausgehen, dann werden wir nicht, sage ich mal, mit Ehre entlassen. Sondern eher als Feigling. Weil wir noch nicht so viel geleistet haben. Deswegen müssen wir da noch so ein bisschen mitkämpfen. Finde ich auch angebracht. Wenn du, weil es jetzt ein bisschen härter ist, müssen wir nicht gleich aufhören. Aber wir können uns noch mal Dings merken. Hosen-Volk. Dann können wir eventuell da mal so ein bisschen in die Nähe gehen. Geben wir mal, ich würde sagen, dann gehen wir erstmal hier hin. Schauen wir mal ein bisschen. Hier sind Kühe. Oh, Plünderer. Was haltet ihr eigentlich von den Reichsbauern? Nehmt ihr die mit oder lasst ihr die einfach weg? Weil es ist halt so ein extra Schritt, wo wir die dann an, ne? Also leveln müssen. Aber ich weiß nicht, wenn sie jetzt so mit dabei sind, ja, sind ja eigentlich so gesehen Rekruten, ne? Zwei Tote wieder. Aber wir leveln gerade dafür ziemlich gut. Ja, hier sehe ich auch das größte Problem. Die sind schneller als wir, weil die so viel Cavalry haben. Also es bringt eigentlich rein gar nichts, hier zu kämpfen. Das bringt einfach nichts. Wir können versuchen wegzukommen. Jetzt müssen wir auch wieder Leute opfern. Ich kann versuchen, dass irgendwie... Aber selbst wenn ich alles mache, kriege ich es nicht. Wir müssen hier... Ja, ja, bla, bla. Wir müssen uns was anderes überlegen. Also hier können wir auf jeden Fall nicht kämpfen. So viel Cavalry hier haben wir jetzt ein bisschen was verloren. Und ich meine, ich kann jetzt hier wieder Leute anwerben. Das ist gar kein Problem. Aber es hat keinen Sinn, da drinnen zu kämpfen. Das sind viel zu große Einheiten. Viel zu große Verbände. Oh, das hier war gut. Da haben wir jetzt tolle Einheiten bekommen. Und... Oh, ja, haben sich alle zusammengeschlossen hier. Ich glaube, da kämpfe ich sogar selber. Aber wir... Ne, wie gesagt. Ich habe jetzt für mich erstmal beschlossen, dass wir jetzt erstmal keinen Krieg hier mit denen machen werden. Wir haben nicht so viele Einheiten. Also wir haben eigentlich nicht so viel Verlust gemacht, weil wir gerade ziemlich viele gute Einheiten angeworben haben. Aber... Hätte halt nicht sein müssen. Trotzdem... Wie gesagt, nicht so viel Verlust. Das geht noch, finde ich. Hm. Das sieht doch noch so aus, als ob wir da ein paar gute Einheiten dabei hätten. Ja, üben wir mal ein bisschen, ja? Hm. Die habe ich den denn getroffen? Das ist schon irgendwie cool, oder? Okay. Na, komm. Sag mal. Was war das denn gerade? Seht ihr das? Schlägt er gegen die Waffe, oder so? Das ist ja richtig strange. Ich muss auch auf jeden Fall noch eine neue Waffe machen hier. Weil die Waffe hier ist echt doof. Trotzdem netter Fight hier. Haben natürlich gewonnen. Haben auch ein paar Abseher. So, und jetzt würde ich sagen, müssen wir natürlich erstmal so ein bisschen noch Leute anwerben. Und wir bauen uns vor allem eine schöne Stangenwaffe. Das ist ganz, ganz wichtig. So, Schmiede betreten, endlich mal eine Stangenwaffe bauen. Und Hier haben wir so ein bisschen was dabei. Hm. Ich hoffe, die haben hier bei den Waffen was zum Einschmelzen. Ja, hm. Ne, kein guter Wurf. Keine guten Wurfmesser hier. Die man einschmelzen könnte. Wobei, ich nehme mal eins mit. Und wir holen hier mal ein bisschen Dingschen noch. Haben die kein Holz hier? Was ist das denn für ein... Was ist das denn für ein doofes Gebiet hier? Die haben nicht mal Deutsche und vor allem haben die nicht mal Holz. Das ist ja mal richtig bedenklich. So, dann wollen wir doch einfach mal schauen. Hoffentlich haben wir hier was. Ach, auch nicht. Schade Schokolade. Aber ein bisschen Hartholz wenigstens. Das ist zumindest mein Anfang. So, also. Also, dann gucken wir mal nach 1, 2, H. Wo ist denn die Stangenwaffe? Da hat man Stangenwaffe. So, dann schauen wir mal, was wir hier herstellen können. Aktuell irgendwie so ziemlich gar nichts. Zumindest nichts Gutes. Wo muss man so formulieren? Puh. Irgendwas freigeschaltet? Nö. Okay. Das wird wahrscheinlich nichts bringen. Ich habe das Gefühl, das bringt nicht viel. Also, wenn ich hier einfach die Stangenwaffen kaputt mache. Vielleicht kann ich aber auch eine Stangenwaffe kaufen. Vielleicht kann ich eine Stangenwaffe kaufen und die dann kaputt machen. Also, ich müsste dann wahrscheinlich die Waffen erstmal kaputt machen. Die so Sachen dran haben, die ich verwenden möchte. Das ist ein kaiserlicher Speer oder so. Kaiserliche Leichtlanze. Eine Lanze wäre das. Hm. Hm. Ich glaube, das ist auch in der gleichen Kategorie. Hier haben wir so ein Feinstahlteil. Ich bekomme 1000. Dann würde ich mir die Feinstahl noch gerne einsacken. Und dann würde ich sagen, Schmiede betreten. Und wir schmelzen das mal ein. Und wir haben, oh ja, zwei Angriffe aus Leder. Und dann können wir eben kurz schauen, dass wir hier noch ein bisschen Hartholz bekommen. Da, 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 da. Lehm, Getreide. Ihr seht, wenig Hartholz in der Nähe. Doch da hinten. Plünderer. Oh ja. Ich würde sagen, Angriff, weil da, ne, ich will keine Toten riskieren. Ich kriege wahrscheinlich auch so einen Toten. Mal gucken. Wir müssen das Risiko ja nicht unnötig erhöhen, gell? Also treffen ist mit dem Bogen wirklich schwierig. Ich brauche dringend einen neuen. Ich brauche dringend einen. Okay. Sieh das? Wie das immer blockiert. Das nervt ein bisschen. Ja, ich würde sagen, das war's. Und wir haben keine Verluste gemacht. Deswegen hat es sich schon gelohnt, hier mal kurz zu warten. Beziehungsweise ich meine hier mal sich die Zeit zu nehmen und da einfach mal reinzugehen. Zwei sind entkommen. Ist aber egal. Hartholz war hier vorne, genau. Können wir eben rübergehen und Hartholz kaufen und das dann auch gleich verarbeiten. Kaiserreich, wird es die Herren erlauben, okay, für mich war das interessant. Und Getreide ein bisschen und Getreide ein bisschen und Getreide ein bisschen und vor allem Hartholz hier. So, würde ich sagen, könnte ich sagen, können wir hier noch ein bisschen was zurückgeben. So, das ist ja 100 gezahlt. Aber dafür haben wir jetzt ordentlich Hartholz bekommen. Momentan, merkt ihr, ist es noch relativ hart für mich, klar zu kommen. Also viele Sachen sind für mich einfach verdammt gefährlich. Vor allem der Krieg gerade ist sehr unbequem für mich. Und ja, das hat auch nichts gebracht. Ich habe keine Lanzen bekommen, keine Stangenwaffenkram. Leider Gottes. Nichts Gutes. Okay, ich würde sagen, dass wir einfach das Zweihandschwert nehmen. Mit dem Zweihandschwert kann man gut leveln. Das müssen wir. Wir müssen gut leveln. Stahl brauchen wir dafür. Stahl haben wir aber nicht. Nehmen wir das hin, da müssen wir ein bisschen was weniger Nerviges nehmen. Rohreisen, genau. Können wir das hin nehmen. Schmiedeeisen. Okay. Ist nicht sonderlich schwierig, leider. Und wir müssen uns ausruhen. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken, was wir jetzt machen. Also, einschmelzen lohnt sich aktuell nicht wirklich. Dafür haben wir den... Jetzt darf der nicht... Puh, es ist aktuell ein bisschen schwierig. Langer Griff zum Verstecken. Ach, rohe Eisen brauche ich jetzt auch noch. Okay. Wie viel ist das denn wert, mein Schwert? Oh. Oh, jetzt kommen wir aber hier in den Bereich, wo wir ordentlich Knete machen. Guckt euch das an. 4600. Jetzt sind wir wieder back in the game hier. Und da können wir auf jeden Fall ein bisschen Kohle machen. Mit den zwei Anschwertern. Bei den Stangenwaffen müssen wir halt noch ein bisschen warten, bis wir was freigeschaltet haben. Sonst wird das nichts hier. Ne, da haben wir überhaupt nichts. Deswegen, ich warte drauf. Aber wir gerade müssen wir damit erst mal so klarkommen. Und hier würde ich sagen, wo ist denn das Roheisen eigentlich? Da Roheisen braucht man das Ding hier will Roheisen. Okay, nehmen wir das Schmiedeeisen. Und hier das Schmiedeeisen. Gibt es irgendwie, wo auch das andere vielleicht reisen? Normales Eisen vielleicht. Okay, muss man eben kurz Roheisen holen. Das kriegen wir, glaube ich, hier auch. Da 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 da. Da 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 da. Eisen erz. Warte mal. Erst mal gucken, wie viel wir dafür brauchen. Roheisen aus Eisenherz und Holzkohle. Okay. Das Geld haben wir jetzt eh. Von da ist es nicht so schlimm. Und jetzt können wir es auch herstellen. So, das sieht doch gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Jetzt muss ich wieder warten. Das ist so eine beknackte Mechanik. Warten, bis man was schmieden kann. Das ist halt so unnütz eigentlich, oder? Aber dann können wir wenigstens gucken, was wir hier so haben. Okay, also schmieden können wir jetzt eigentlich hochbringen. Dann können wir hier einen Punkt irgendwo reinsetzen. Ich weiß noch gar nicht, wo wir den reinpacken. Ich glaube, STR wäre ganz wichtig, wenn wir nachher hier wirklich weiter wollen. Wenn wir hier noch irgendwo tiefer rein wollen, dann wird es schwierig. Aber müssen wir denn hier? Ja, ich würde sagen, bis hierhin wird es Sinn ergeben. Aber ja, ich würde sagen, da packen wir einen Punkt rein. Und jetzt sind wir auch so viel besser im Schmieden durch die Punkte, die wir gerade reingepackt haben, dass wir wahrscheinlich hier auch jetzt ziemlich schnell mit leveln und ziemlich viel Kohle mitmachen können. Und das ist natürlich auch richtig, richtig nice. Geknöpfte Keule, Holzknauf und ja, hier einige Sachen gerade freigeschaltet. Und bei der Stangenwaffe vielleicht? Ja! Ja, Sensenblatt hier! Ui! Jetzt haben wir hier schon was. Leider noch nicht so viel, ne? Also da haben wir aber schon das erste Teil. Allerdings sollten wir es erstmal ignorieren. Erstmal sollten wir das ignorieren. Und einfach Zweihandschwerter schmieden, um voranzukommen. Und vor allem Geld zu verdienen, weil hier wieder 4.300. Das hat sich sowas von gelohnt. Und jetzt können wir wenigstens ein bisschen Geld machen. Und vor allem auch ein bisschen Ausrüstung holen. Und das ist wirklich so ein Punkt, der ganz, ganz eklig ist gerade. Ich habe nämlich überhaupt kein, überhaupt kein tolles Gier. Total schlechte Pfeile, wobei, so, so schlecht sind hier glaube ich gar nicht. Wobei hier 3 durchbohrend und 21. Lange Streckenpfeile, 1 durchbohrend. Aber hier sind halt nicht so viele mit dabei. Wobei so viel habe ich eigentlich auch gar nicht. Leichte Botkinpfeile. 3 durchbohrend und Stapelgröße 21. Schieße ich denn so viel? Eigentlich schieße ich gar nicht so viel. Das heißt, das ist schon in Ordnung. Wobei hier, wenn ich jetzt da drauf drücke. Turnierpfeile. Die Turnierpfeile sind ergeblich die besten. Aktuell. Die Botkinpfeile. Obwohl die Waffenstufe 4 sind, werden mir nicht als besser angezeigt. Das ist ja strange. Ich, ne. Ich nehme die mal mit. Wahrscheinlich wegen der Stapelgröße. Sollen wir eben weitergehen. Und Hosenvulg müssen wir eh hin. Einmal gucken, ob die eine Dame da ist. Und dann können wir auch gleich mal schauen, ob wir dort eine bisschen bessere Ausrüstung finden. Weil langsam wäre das auf jeden Fall mal schön. Taverne. Und der Fisch. Nein. Alter. Wie viele Spänen hat er denn bitte? Und der ist so ein richtiger Evil-Knievel. Elijia aus den Abfällen. Alter, 140 Spänen. Okay, Bro. 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 Wir müssen reden. Jo. Wir müssen reden, mein Freund. Wir müssen ganz dringend reden. Und ich glaube, ihr wisst schon, was jetzt passieren wird, ne? Das ist mein Pferd. Wir müssen mal eben kurz ganz dringend reden, mein Freund. Wie kann man noch mal mit dem quatschen? Urlaub in der Siedlung? Nein, ich will den nicht. Ich will den rausschmeißen. Ich glaube, das war hier vorne irgendwo. Ah, hier genau. Aus dem Clan werfen. Jo, der ist scheiße. So, aber dafür haben wir jetzt einen neuen. Einen neuen Typen hier. Den. So, weil der hat mich richtig, 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 richtig viel spähen. Jo, komm rein. Das ist unser neuer, neuer Bro. Falls man das überhaupt noch sagt. Und ja, das freut mich auf jeden Fall hier. Der Billy Jar aus den Abfällen. Klingt zwar nicht sonderlich nett. Aber, das passt schon. Bei den Wanderern, die Würzhändlerin, Gewürzhändlerin, die war heute angeblich auch wieder in Hosenvölk. Aber ich sehe die da nie. Ich glaube manchmal, dass es die gar nicht gibt. Oh, hier, die ist auch nicht schlecht. Mit 100 Taktik. Aber die hier würde eine gute Anführerin machen. Sieht ein bisschen strange aus, aber... Würde eine gute Anführerin ausmachen. Die kann späten. Wie gesagt, nicht schlecht. Hier sind ein paar neue dazugekommen, finde ich. Glaube ich zumindest, meine ich. Ich glaube, hier sind ein paar dazugekommen. Ich denke aber schon. Ja doch, doch, doch. Der eine war auf jeden Fall neu. Hier aus den Abfällen, der war neu. 140 Späten. Ja, lecko mio, ey. Und ja... Na genau, ich wollte noch einkaufen gehen. Einmal kurz einkaufen gehen und schauen, ob hier irgendwas besseres Bogentechnisches ist. Und anscheinend gibt es ja... Oh ja, guckt euch diesen Bogen an. Der ist sehr schnell. Der hat sehr viel Schaden. Und vor allem hat er eine sehr, sehr hohe Genauigkeit. Den werden wir auf jeden Fall holen. Den werden wir verkaufen. Und jetzt, ja, verliere ich ein bisschen Kohle. Ja, egal. Jetzt habe ich erst mal einen neuen Bogen. Neuer Bogen ist schon mal sehr cool. Aber ich wollte mal eben kurz hier noch, ne? Sagen hier. Verbesserung. Damit wir dann erst verkaufen. Damit hier niemand, sage ich mal... Damit ich niemanden hier seine Verbesserung vorenthalte. Aber jetzt haben wir... Ich werde ihn mal kurz testen. Ich würde mal kurz hier zu den Plünderern gehen. Die werden wir mal eben kurz verkloppen. Weil ich möchte einen neuen Bogen testen. Das nehmen wir hier auf jeden Fall noch in die Episoden mit auf. So, jetzt können wir mal kurz den Bogen testen. Oh, ja. Sehr viel präziser, wie ihr seht. Jo, der ist auf jeden Fall besser. Endlich ein ordentlicher Bogen. Endlich. Ernsthaft, das ist... Ihr wisst ja gar nicht, wie sehr ich das vermisst habe. Jo, auf jeden Fall ein richtig guter Bogen. Sehr präzise, sehr schnell. Genau das, was wir haben wollten. Beziehungsweise das genau, was ich haben wollte. Und was wir brauchen vor allem. So, damit wir auf dem... Ne, auch ein bisschen nützlicher werden mit dem Bogen. Weil vorher war ich ja irgendwie... Ja, habe ich gezielt und habe irgendwo nach Afghanistan geschossen. Und das braucht natürlich keiner. Und ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. War auf jeden Fall eine coole Folge. Und vor allem sind wir weitergekommen. Und sind jetzt beim Schmieden auch so richtig erfolgreich. Nur 43 schon. Und dementsprechend werden wir da bald auch wieder ein bisschen mehr freischalten. Und dann halt auch endlich eine Stangenwaffe bauen können. Die... Ja, ein bisschen besser ist. Beziehungsweise könnten wir die vielleicht schon machen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Ich wünsche euch was. Und wenn es gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Tschödelüüüü.